Ich mochte Verkleidung und schon immer. Das macht man so, wenn man nicht weiß, wer man wirklich ist, oder? Man erfindet eine Vergangenheit, um seine eigene zu vergessen. Du liebst Hunde, hm? Mehr als deine eigene Familie. Genau. Du liebst Hunde, du kleines Stück Scheiße! Hier! Kannten Sie noch jemanden? Jemand, der Ihnen ein bisschen Zuneigung entgegengebracht hat? Ein Kind holt sich Zuneigung, wo es sie kriegt? Sie sind meine Babys. Soweit ich das beurteilen kann, haben Sie nur einen Fehler. Sie vertrauen Menschen. Während die reale Welt mich ständig zurückgewiesen hat... Du bist der Teufel. Ich schicke dich zurück in die Hölle. Passte ich mich an? Sie sind wahnsinnig. Dankeschön.